Übrigens Leute, wir kommen zu FIFA 21, das ist das nächste Pack und da ist noch ein Inform drin, okay, das ist gut, den hatten wir schon. So, okay, weiter geht's, okay, Ruben Dias, der wird vielleicht noch steigen, die beiden nehme ich mal mit. So Leute, so, okay, so wir ziehen jetzt die nächsten Packs, mal gucken ob jetzt noch ein Workout kommt, ich weiß es nicht. Let's go, in zwei Packs Workouts, in zwei Packs Workouts, wäre auf jeden Fall krass, Brudi, ein Workout ist ja schon gekommen, Ikone habe ich gezogen, einfach eine Ikone gezogen. Ey, ich dachte jetzt kommt Messi oder Ronaldo rein, meine ich, was für Messi, Junge, ey, ist krass, ist krass, Jungs, ist krass, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. So Leute, let's go, let's go, Jungs, let's go, komm, die nächsten Packs, komm Digga, ey, das war echt gut, der eine Typ hat gesagt so, er sagt so, es kommt jetzt ein Workout, Digga, ich gönne, danke schön. Achso, ich kann euch mal meine Workout zeigen, die ich jetzt, bis jetzt alles gezogen habe. Junge, wir haben die nächsten Workouts verpasst, mach mit Nase auf, okay, nur für dich, Digga, nur für dich. So, let's go, nur mit Nase, nur mit Nase geöffnet. Ey, mal gucken, ey, es könnte echt sein, ah, schade, Jungs, schade. Ey, einfach Workout, Digga, aber ich hätte mehr gefeiert, Christian Ronaldo oder so. Also, stell dir mal vor, Ronaldo einfach, im Workout. Einfach Workout, Digga, einfach Workout, Ronaldo oder so, keine Ahnung, man weiß nie. Komm, Digga, ich hab, die Aufnahme läuft noch. Ehrlich, wenn die Aufnahme nicht läuft, kommt ein Workout, wenn die Aufnahme läuft, kommt kein Workout. Mach es mit den kleinen Fingern, vertrau mir, okay, mit dem kleinen Finger, nur für dich. Ey, ist das krass, okay, kleiner Finger, ne. So, Viereck, rüber, Lost, Lost, Digga, Lost, einfach verkackt, einfach verkackt und hoch und ab geht's dafür. Ja, sagt noch öfter Workout. Vielleicht kommt es ja dann. Okay, Digga, Sarka, Sarka könnte vielleicht was wert sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und noch ein Inform noch gezogen. Oh mein Gott, Digga. Der, ey, dafür wird geboten. Konoplia. Alter, 30.000. Okay, der ist krass. Der ist krass, Leute, der ist krass. Wir können, ey, ohne Witz, bis jetzt laufen die Packs gut, ne. So, Leute, let's go. Let's go. Wir versuchen es nochmal. Mit Fuß. Ich schwöre es euch, nur für euch, mit Fuß. So, Jungs, Viereck. Wir gehen rüber. X. X. Mit Fuß, Jungs, mit Fuß. Ey, es könnte sein. Oh mein Gott. R.F. Manchester City. Ferran Torres, Digga. Oh mein Gott, Digga. Was kommt mir gerade für Puls? Oh mein Gott. Und Lacazette noch gezogen. Ferran Torres könnte noch steigen. Tatsächlich. Den packen wir rein. Lacazette, weiß ich nicht. Lacazette vielleicht. Komm, den stellen wir auch nochmal rein. Den könnten wir theoretisch. Komm, wir machen den auf 1-3 oder so. 1-3 ungefähr. 1-3, 1-4. Okay. Puki gezogen. Puki können wir leider nicht mehr speichern. Wir können nicht gucken, wie viel Puki wert ist, weil unser Dings voll ist. So, Leute. Dankeschön für die Follows. Dankeschön, Leute. 205.900. Dankeschön. So, Leute. Folgt gerne auf YouTube. Dort haben wir knapp 3.000 Abonnenten. Warte, wir müssen mal gucken. 100 Aufgaben. Okay. Warte, wir gehen mal auf Transfermarkt. Ich komme nicht mehr klar. Wir haben eigentlich voll die guten Puls gezogen. Guckt euch das mal an. Also, jetzt haben wir einmal... Obwohl, den können wir schnell verkaufen. Der wird eh nichts wert sein. Ehrlich. Den verkaufen wir schnell. So, Benzema haben wir. Ruben Dias haben wir. Sergio Busquets haben wir. Castils haben wir. Milinkovic, Zavic haben wir. David Silva haben wir. Martinez haben wir gerade gezogen. Oh mein Gott. Martinez haben wir gerade gezogen. Der ist auch auf jeden Fall sehr stark. Der wird auch, glaube ich, gut steigen. André Silva haben wir gezogen. André Silva wird, glaube ich, auch gut steigen. Den behalten wir. Philippe wird noch steigen. Ja, ansonsten die ganzen anderen Puls, die wir haben. Die sind auch ordentlich. Sisoko noch gezogen. Süle, Bale. Also, eigentlich haben wir gute Spieler. Pepe. Für die Leute, die jetzt auf jeden Fall fragen. Dreimal drehen und dann mit Nase. Boah, Brudi. Wenn das klappen sollte. Ehrlich. Ehrlich, wenn das klappen sollte, dann weiß ich nicht mehr. Dann weiß ich ehrlich nicht mehr. Also, warte mal. Dreimal drehen, ne? Warte, dreimal drehen, dann mit Nase. So, warte, machen wir. Noch ansonsten, Jungs. Jetzt mit Nase öffnen. Jetzt mit Nase öffnen. Junge. So, wenn jetzt ein Walkout kommt, stell mal ein Walkout. Stell mal vor Ikone. Ah, wird schon wieder nichts. Ibrahimovic, wer ist das? Oha, Digga. Der ist safe, was wert. Der kommt aus Pyrmont. Äh, Dings. Pyrmont, genau. Lost. Aus, äh, Pymonte. Was ist Pymonte? Juventus, Turin. Genau. Der wird bestimmt... Ich speicher den, Jungs. Ich speicher den. So. Nächstes Pack. Nächstes Pack. Let's go. Let's go. Nächstes Pack. Wie sollen wir es öffnen? Wie sollen wir das nächste Pack öffnen? Schreibt es unten rein. Mach mit Brille, dann kommt Mo in Form. Bruder, mit Brille. Wie soll ich mit Brille machen, Brudi? Oh mein Gott, es klappt. Es klappt, Digga. Es klappt. Oh mein Gott, es klappt wirklich. Oh mein Gott, ich hab's geschafft mit Brille. Leute, mit Brille. Es kommt Mo Salah, sagt der eine. Bruder, schade. Schade, Brudi. Schade. Schade, nur Non-Rap, Bruder. Mach mit Kopfhörer. Linker C. Jungs, ihr seid verrückt. Ehrlich, folgt auf YouTube. Diese Folge wird sowieso auf YouTube erscheinen. Wir nehmen gerade nebenbei auf. Leute. Okay, mit C, ne? Mit C, mit dem linken. Linker C. Wir gehen rüber. Wir gehen drauf. Vier Eck. X. Digga, wir machen sowieso eine Folge mit meiner Mutter. Meine Mutter zieht Packs. In der nächsten Folge. Mit linker C. Oha, Brasilien City. Oha. Oha, wir haben Fred gezogen. Okay, der ist eigentlich gut. Der ist eigentlich gut. Der ist eigentlich gut. Oha, 16.000 Price Range. Digga, Fred gezogen. 8.000. Oha, Herbegut, Jungs. Herbegut. 8K gemacht. C bringt mir Coins. Digga, das wird der Titel. Mein C bringt mir gute Coins. Das schreibe ich jetzt in den Titel rein, Digga. Immer nur Spaß. So, Leute. Okay, alle speichern. Dante noch weg. Ah, sag mal Serdar. Okay, wir gucken. Wir gucken, wie wir die nächsten Packs öffnen. Erstmal müssen wir kurz Transferliste. Wir müssen ein paar Leute, glaube ich, in den Dings packen. Bei mir rein. Warte, wen könnten wir reinpacken? In den Verein. Süle könnte vielleicht was wert sein. Ich packe erstmal ein paar Leute in den Verein, Digga. Coutinho, ey, der wird auf jeden Fall was wert sein. Pepe wird auf jeden Fall was wert sein. Der wird auch richtig steigen, glaube ich. Pepe ist auch richtig starker Pull. Forsberg wird auch steigen. Paredes ist auch gut. Wir packen jetzt erstmal ein paar Leute in den Pull. Okay, warte mal. Zunge gleich Päcklack. Okay, du bist echt eklig, Digga. Aber ich schwör's dir. Mein linker C bringt Dings. Zunge gleich Päcklack. Ich mach mit der Zunge auf. Digga, ich schwöre es dir mit der Zunge. Junge, let's go. Zunge gleich Päcklack. Mach mit Arsch. Bruder, was? Ey, wenn jetzt irgendwas kommt, ich hab mir Zunge geöffnet. Ey, eigentlich gehen die... Guck mal, du denkst dir bei den Wappen so... Oh, geil. Voll gut. Und dann kommen die Spieler, Digga. Sag Serdar, dann für dich. 86+. Leute, abonniert schon mal alle auf YouTube. Abonniert alle auf YouTube, Leute. Ehrlich, abonniert alle auf YouTube. Diese Folge wird legendär. Die laden wir gleich sofort hoch. So, okay, ich sag jetzt Serdar. Serdar, Serdar, Serdar. Serdar, Serdar. Serdar bringt uns jetzt ein 86+. 86+, bringt uns jetzt Serdar. Leider nicht, Brodi. Oh mein Gott, Nani gezogen. 81er, aber immerhin 81er, Bro. Ja, wahrscheinlich. Er übertreibt. Okay, Jungs. Chillen, chillen. Oh mein Gott, FIFA hat sich aufgehangen. Oh, FIFA hat sich doch nicht aufgehangen. Glück gehabt. Nein, FIFA hat sich aufgehangen. Leute. So, weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Rechter Fingerknochen, vertrau mir. Bruder, wir gucken. Sanzone, der ist nichts wert, ne? Können wir abstoßen. So, okay, warte mal. Rechter Ringfingerknochen und du kriegst ein Walkout, vertrau mir. Rechter Ringfingerknochen. Let's go. Hier ist der rechte Ringfingerknochen. Und ich soll ein Walkout bekommen. Rüber. Zack. X, hoch und X. Ich bin gespannt. Kein Walkout, Digga. Kein Walkout. Aber gut, Digga. Gut, dass sie es versuchen. Sie. Sag einfach sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wir müssen gucken. Hab, hab, zu behalten oder verkaufen. Äh, behalten würde ich sagen. Okay, wir müssen jetzt eins. Okay, warte mal. Jungs, wir müssen jetzt einmal, eigentlich müssen wir ein Pack ziehen. Eigentlich müssen wir ein Pack ziehen und eigentlich müssen wir den Monitor ausmachen. Mach mit Stirn. Mach mit Stirn. Vertrau mir. Okay, vertrau mir, Bruder. Mit Stirn. Okay, rüber. Mit Stirn. Geht nicht. Es ist schwer mit Stirn, Bro. Ich versuche alles. Aber das könnte ein gutes Zeichen heißen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Digga, es gibt es gar nicht. Oh mein Gott, Digga. Bailey gezogen. Okay. 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 Bailey ist gut, Jungs. Bailey ist gut. Ich habe Bailey zwar schon, aber Bailey ist okay. Könnte steigen. Den nehmen wir auf jeden Fall. White auch nochmal. Okay. So. Okay. Okay, Leute. Bro, sagst du fahren und du ziehst was Gutes. Ich habe mit EA was geklärt. Letztes Pack dann. Letztes Pack. Wir sagen jetzt zu fahren. Sag doch einfach wie Ronaldo. Sü. Ah, okay. Ich habe verstanden. Okay, warte mal kurz. Okay. Also ihr sagt, ich muss irgendwas sagen. Bro, sagst du. So. Saffoan. Ich sage Saffoan. Und es kommt was Gutes. Digga, wenn wirklich was Gutes kommt, dann komme ich nicht klar. So, Leute. Wir sagen jetzt den Namen. Und wenn jetzt was Gutes kommen sollte, vorbei. Saffoan. Saffoan. Durch Saffoan ziehen wir jetzt was richtig Gutes. Saffoan, Bruder. Was bringst du uns? Ach, Bruder. Immerhin, Digga. 81 plus. Was immer mehr. Okay. So, Freunde. Das war es auch wieder von diesem Pack Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Kommentiert unten in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.